Da sind wir wieder! Ja, ich kehre immer noch dagegen. Wir sitzen gerade drei Leute, sorry. Fuck yeah! Ich hab ihn gekickt, Leute! Oh, das hat irgendwie zehn Minuten oder so gedauert. Ähm... Ja... Okay. So, aber richtig bin ich da. Ich weiß nicht, wie viel es geht. Oh, ich hab alle. Okay. Eppich, ja. Ähm... Okay. Hey... Ja, so. Tappen. Ja, das ist jetzt der letzte Part, den ich aufnehme. Danach nehme ich noch was anderes auf. Das wird dann geheim. Das ist so geheimer. Ein bisschen geheimer. Das werdet ihr... Weiß nicht mehr. So, heute haben wir jetzt den... Heute haben wir Samstag so. Ich weiß gar nicht, welchen wir haben. Irgendein Februar. Welchen Start-up haben wir heute? Achten. Den achten haben wir heute, Leute. Den achten. Ja, Gott segne den achten. Ähm... Warum soll Gott den achten segnen? Egal. So, ich habe gerade mal etwas geholt. Für die, die es interessiert. Was denn? Laptop-Respect. Äh... Ich mach mal den Ton muss hier. Ich schreibe jetzt nur noch mal dahin. Ich will eigentlich, glaube ich, gleich mal mein eigenes Königrecht gründen. Wohl ich nehme danach noch eine Folge auf und danach nehme ich das geheime auf. Wie Leute haben die denn? 198? Luca? Das ist mir schon besser bewacht wahrscheinlich. Ich will eigentlich hier Tropen holen. Minus 60! Oh, hab ich vielleicht noch schon. Da feine ich ja noch. Ne, ist nicht okay. Ich hab die Schutzhaut. Ich hab nicht genug Geld. Ah... Oh, die können wir fötter werden. Lager sind zu. Lager sind wieder. Ich hab wieder kein Geld. Aber ich habe ja gerade was gefunden. Das war ein Reutband-Lager. Wuhu! Oh, der jagt mich. Aha. Meine Schuld. Ich hab wirklich... Ich hab jetzt hier... Ich hab jetzt hier von mir... Einige Zeit, hier warten. Einige Leute, da kommen wir... Warte, wer ist es mir gerade um sowas so schlumpe? Ne, ich zieh sie warten. Einige Leute, kommen wir los. Einige Leute, kommen wir los. Ihr habt Versteck angereicht. Ich hoffe, ihr kriegt einige gute Soldaten mit. Ja, so ziemlich gute... Fußsoldaten, Nordkrieger. Äh... Einige Leute, ich weiß nicht, wir bekommen das eine Flöcke. Einige Leute. Hullsack, nehm ich? Okay. Ach, die Leute? Hullsack, nehm ich? Hullsack, nehm ich? Komm her! Yes! Hullsack, nehm ich? Gespaute Gegner! Yes! Ich würd mal gern so 80 Waldbein oder so, die machen wahrscheinlich locker Platz. Ich hab Hulls. Ach, wer schießt da? Hullsack! Hull, du Christoph! Hull! Gut, fällst du dich? Das ist besser. Oh ne, ich hab' vor... Ok. Dann wird der Erfolg geklatscht. Ok. Wie? Ach. Einfach mal hier so stupfen. Nach Ux-Kalrei. Äh. Geht zum Abplan. Ja, der Waffenhändler noch. Der hat genug Geld. Ux, die Butter wollte ich haben. Ein bisschen Butter aufräumen. Ein bisschen Butter aufräumen. So. Und verlasse. Hab' ich eigentlich gefunden, ne? Ja. Schenke. Bitte, dass irgend so'n Typ der Säbte wie Armwürker war. Hier rette es. Auf jeden Fall sie irgendwann mal beschlossen. So. Ähm. Pi. Qui. Die. Die. Oh. Nee, ja, 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 ja. Von mir ist hier mit ihr. Ich bin gespannt, der Waffenhäden hatte ich hier. Es hat mich über die Vier- вкусnägen. Heute hat mich überrascht. Das war's für heute. 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 Okay, natürlich. Okay. 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 Das war's für heute. 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 Ja, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.